Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Death's War. Die Sucherbots warten an der Bank. Ich habe zwei Stück losgeschickt. Kurz aufladen. Und mit beim Test ist auch der Hendrik. Moin Henny. Moin Jungs. So und jetzt geht's los. In der letzten Part ist der Leiter Santos abgekackt. Miau miau. Robert haben wir ja davor schon gekillt. Wisst ihr ja. Und jetzt... Oh, das ist eine Kiste. Und hier wieder hoch oder was? Offline. Cool. Jo. Ist ja kein fettes Viech. Nö, überhaupt nicht. Ich hasse diese Knobbeldinger mit ihren scheiß Armen. Wetter. Jo. Wisst dich. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, was ist das? Moin? Moin? Jo. Bleib stehen. Boah, fuck. Alter. Warst du irgendwas mit Harpungen-Generator-Totten gemacht? Das... Das sieht an mir aus wie ein Harpun. Ey, du Mist geworden, Alter. Mist gestelltes Todes. Bleib stehen. Verpiss dich, du Kackfiech. Ah. Tracking-Laser. Was für... Maga, zweimal hintereinander. Verpiss dich, du Hurensohn. Sauber. Benusten Sie die Torx-Steuerung schnell. Das Viebe freist sich. Was für Torx-Steuerung? Was für... Ich hab doch keine Ahnung. Hebel verfügbar. Ach, das Ding. Ah, okay. B, 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 B. B, 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 B. Ich drück dich so schnell, ich kann wie B. Alter. Boah. Was? Du bist tot. Alter, du bist tot. Ah. Bist du auch. Fortschritt wird direkt gespeichert. Das ist auch gut so, Alter. Alter. Da war da so ein Viech, ne, Henrik? Und dann hab ich den Harpun dagegen geballert. Und dann hat das das Viech auseinandergerissen. Richtig premium. B, 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 B. Der sogenannte Scav-Teile-Box hab ich geschenkt bekommen von dem netten Viech. Mal schauen, was liegt hier denn noch so rum? Ich sag ja, wie jedes Mal, und jedes Mal sag ich ja, dass ich das sag, immer die Augen offen halten. Weil man ja vielleicht da Teile finden kann. Oder Muni oder sonst was. Gute Harpune hat den Motherfucker auseinandergerissen. Hast du noch was für mich? Geier, aber da sehen wir noch eine Muni. Einen Clip. Zack. Da ist auch noch eine Muni-Clip. Sauber, Zauber. Da sind noch, siehst du wohl. Haben wir aber noch genug hier. Zwei Kisten. Ein Halbleiter, ein Munitions-Clip und Pipapo und sonst was. Und jetzt, ja, ist blau und ist online. Aktivieren. Klick. Klack. Und. Oh ja. Wuhu. Jetzt müssen wir wieder Klettermaxe spielen. Mal gucken, ob wir diesmal auch wieder aufpassen müssen, ob da was runterknallt. Äh. Ich sehe es gerade nicht. Haut uns aber mal auf die Seite. Aha. Aber dass da angebracht ist, müssen wir ja da gerade mal lang. Also ich denke, jetzt hätten wir aber oben sein. Was soll denn da noch unterkrachen? Oh, Alter, wie dunkel das wird. Ah, Ellie ist da. Hallo, Ellie. Endlich wieder in Gesellschaft und nicht wieder alleine immer. Aber ich bin K.O. Das merkt Ellie auch. Du bist ein guter Mensch, weiss ich. Du hast getan, was du konntest. Hab ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Das war's nicht du. Das war... Das ist der Typ. Es tut mir so leid. Der da. Kommt. Es tut mir so leid. Ah, die wollten sich gerade knutschen. Die wollten sich gerade küssen. Oder sagt der Wichser was? Du musst da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen. Nach Akten. Irgendwas mit ihrem Namen daraus. Aha. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Guck mal, ne? Da wollten sie mich gerade küssen. Aber dann hat der Motherfucker dazwischen gefunkt. Aber das Ding ist, sie war mit Robert, ne? Den Commander zusammen, den ich leider schießen musste, weil er mich umbringen wollte. Und Fortschritt wird gespeichert. Und einfach mal eiskalt hat sie ihn anscheinend schon vergessen. Und wollte mich gerade küssen. Und da glänzt irgendwas. Ah, sauber noch eine Abglöppartine. Aber wir haben, glaube ich, schon alles ver... Ne. Aber ich glaube, wir haben noch auf jeden Fall eine. Nein, wir können ja gucken und austauschen vielleicht, wenn eine besser ist. Muss ich hier noch irgendwas machen? Muss ich hier rein? Nein. Kann ich auch gar nicht. Ja, ich muss hier hoch. Deswegen auch blau markiert. Aber ich dachte, wir schauen uns mal um. Was jetzt schon wieder halt... Alter. Alles in Ordnung? Ja, ich bin nur von der Seite geballert. Fuck. Fahr ruhig schon fort. Dann kann ich wieder alles alleine machen. Ja, ja, okay. Und bis dahin sind schon wieder tausend Monster, die mir ans Bein pissen. Da ist Creeper, Alter. Ja. Ah. Drücke für Details. 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 Sieht aus, als müsste ich meine Reise ab hier zu Fuß fortsetzen. In die Vorstellung kann ich mir weit weg sein. Aber ich muss vor einem Bruch der Nacht dort sein. Ich habe keine Ahnung, welche Gefahren hier in der Dunkelheit lauern. Hä? Oh, auch tagsüber sind hier hässliche Viecher. Aber Dunkelheit. Oh no. Aber, warte mal. Ich merke gerade einen Sucher-Bot, weil die anderen waren an der Bank warten. Kann ich ja schon mal losschicken. Hier, such mal was, mein kleiner Freund. Und, äh, weiter geht's. Und ich habe leider immer noch keine neuen Midi-Packs und so. Habe ich gerade noch was bei? Zwei Stase, kein Midi-Pack. Aber, äh, relativ genu... Na, was ist genug? Ein paar Muni-Dinger. Ich ahne schon. Mein Sohn gegen den. Kommen die einfach rausgekrochen meistens. Ich sag's doch. Oh, Alter. Ich sag doch, die kommen raus... Scheiß Viecher, Alter. Baller, 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 baller. Ach so, der ist noch nicht tot. So, jetzt aber. Und, danke, ein Midi-Pack. Ah, die haben wir ja keinmal getroffen, Alter. Und noch ein Midi-Pack. Ha, mittel war das, glaube ich. Ach komm, den trete ich weg. Keine Munition dafür verwenden, Alter. Und was war das gerade? Irgendwas habe ich doch bekommen. Hm, keine Ahnung. Egal. Gucken, ob die noch was da gelassen haben. Hauptsache, Midi-Pack kassiert. Also, komm. Da ist ja noch... Ne, das habe ich gerade weggeschubst. Und zwei Boxen. Muni-Clip und Altmetall. Ich habe so viel Altmetall und sowas, was ich... So viele Halbleiter immer. Kann man hier sehen, wie viel Altmetall habe ich. Guck, Altmetall 996 und 1136 Halbleiter. Wie wäre es, wenn ich mal mehr Wolfram kriege? Dafür habe ich nur 16. Und die brauche ich für den nächsten Upgrade-Slot brauche ich doch 20. So ein Käse. Hier lang? Ne, hier habe ich mich versteckt. Da bin ich gerade lang und dann muss ich hier lang. Okay. Oder? Ich meine. Gehen wir mal hier lang gucken. Ach, diese dramatische Musik, ey. Ah, hier muss ich... Ne, hier bin ich hergekommen, meine Fresse. Genau in die andere Richtung, ne. Deswegen kam mir der Weg hier raus, bekannt vor. Deswegen war ich auch so skeptisch. Okay, pipapo, hier lang, bar lang. Da habe ich geguckt, also hier lang. Und hier geht es nicht lang. Wollt ihr mich verarschen? Hier kann man nicht lang. Hier auch? Und wo soll ich denn jetzt lang? Willst du mich verarschen? Muss ich doch wieder zurück? Ach so, ja. Ja, könnte man natürlich auch denken. Ich bin ja erst unten lang gegangen, weil ich gucken wollte. Habe ich ja gemacht. Und ich vergesse, dass ich hier lang muss. Ah, egal. Bin ja hier. Bin ja hier. Was? Science? Science Division Facility? Sieht irgendwie so aus. Ja. Kommt her. Kommt! Guck mal, ich habe Licht an meinen Taschenlampenlicht-Dingsbums. An meinen... Oh, hier kommen wir lang. An meinem... Habe vergessen, wie es heißt. Ach ja, Waffe nennt man das, ne? Mann. Komm. Versteck dich doch nicht. Komm her. Alter, ist ja fast wie Slender hier. Diese Musik. Bin da und mal wieder liegen hier tausend Menschen tot rum. Ist ja klar. Und hier sind mal wieder keine offenen Spinde. Aber komische Geräusche. Und immer das Blut fetzt, weil ich die wegdreht. Na? Ah, Somat geht. Das brauche ich. Das liebe ich. Und EN, ja. Haben wir ja auch beides erst tausendmal, ne? Lass mal gucken. Ja, 162. Mal ab 285 EN. Ja, brauchen wir unbedingt. Und wieder draußen in der Kälte. Und... Da fahren sie doch gerade. Naja, bestimmt war ich da schneller. Alles klar. Ach, dann nicht. Was? Hm. Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Codex bauen können, bevor Danik uns findet. Ah, klar. Immer wieder ich. Ah, wieder Haken. Jetzt müssen wir wieder. Separate Industries. Haken, mehken. Äh. Ach ja, so war das. Und wahrscheinlich... Einen noch. Komm schon. Zack. Zack. Raus damit. Und da können wir rein. Woo! Wer denn in diesem Fahrstuhl den Bombskram? Ah, Fortschritt wird gespeichert. Biologie-Sektor. Schwere Steinerfragen. Und ich würde sagen... ...mit dieser Spannung, wie ich immer zu sagen pflege, mit diesen kleinen Viechern... Alter, verpisst ihr euch? Ach so, habe ich schon weggekommen. Mit dieser Spannung und diesen Geräuschen... ...also mit dem Biologie-Sektor... ...beginnen wir im nächsten Part. Also, bis dann. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.